so vielen dank ja wenn ich mein auge hier essen lasse dann sehe ich viele junge menschen das ist gut denn in der jugend sammelt man viele erfahrungen gerade so hier mit 18 oder mit 25 man man surf das erste mal im internet mit 25 dann vielleicht auch das erste eigene handy und das ist natürlich für viele schon etwas normales aber diese digitalisierung verändert natürlich auch gerade unsere sprache wer schon mal eine sms geschrieben hat der weiß ja da muss es schnell gehen da ist nicht viel platz wenn man eine frohe botschaft per sms transportieren möchte da gibt fünf begriffe lach grins wink freu hurra fick fick so und hintendran kommt immer noch so ein smilay das kann man beobachten das smilay ist immer hinten dran ist völlig egal was vorne steht vorne steht was weiß ich hier heil hitler hinten smilay und per sms werden heute alle relevanten entscheidungen kommuniziert jeder unterhält sich per sms der freund mit dem kollegen der nachbar mit der nachbarin chef alle ehepaare partnerschaften klären alles per man man trennt sich heute per beziehung also nicht perfekt ich bin ein philu da aber es ist ja nicht falsch also bevor man sich kennenlernen sagt man höre lieber auf also man hat vielleicht sogar schon mal geschlechtsverkehr ausgeübt aber trotzdem das adieu schreibt man sich per sms das muss man vorstellen das ist doch man hat was zusammen erlebt man und dann per sms das finde also ich habe noch ein fax geschrieben also ich habe keines geschrieben ich habe eins bekommen und ich sag mal so diese tendenz kann man jetzt gut finden oder nicht das schlimme ist man kann sie nicht aufhalten das internet ist im kommen das sage ich ja nicht erst seit heute das sagt das habe ich das habe ich schon vor drei wochen gesagt und wir sehen es ja überall computer jedes büro ist veräppelt und selbst bei mir zu hause ich habe mich lange gesträubt aber mittlerweile habe ich zu hause auch ein computer war ich im laden habe ich gesagt hier einmal internet bitte und ich kann mich dem nicht entziehen ich gebe es zu es geht früh los ich liege noch im bett oder knapp daneben und dann wird man halt wach dann guckt man sich so um wer sonst noch so mit im bett liegt außer den eltern und dann muss ich schon an den computer ich gehe hin ich schalte ihn ein der computer fährt hoch und dann bin ich drinnen dann sage ich let's netz und dann dann wird erstmal das datum gecheckt da gehe ich auf heute.de oder wenn ich länger geschlafen habe gehe ich auf morgenorg logisch und dann bin ich drin und dann dann wird das erstmal gepostet dann schreibe ich meinen jungs hey hallo ja und das ist aufregend das ist sicherlich auch für viele verlockend aber es ist auch eine gefahr denn ich sag mal so ich habe nichts gegen das internet aber dieses stundenlange face geboogge dieses getwitter dieses downgelode dieses blue getuse und phone geeie das ist doch nicht alles im leben es gibt doch viel mehr es gibt doch mensch unsere welt ist so und die welt ist so vielfältig es gibt so viel zu entdecken es gibt was weiß ich nicht da müsst ihr eben mal googeln und dann stößt man doch auf jede menge interessante inhalte und was mich aber betroffen macht ist dass ja dass sich niemand um den datenschutz kümmert ich bin für datenschutz ich schütze auch daten ich wäre auch bereit eure daten zu schützen aber um eure daten schützen zu können dann muss ich sie erst mal haben und da sind wir deutschen zu engstürnig wir wollen immer dass alles selber machen das geht nicht jetzt ist es der zug ist abgefahren jetzt schützen die amerikaner unsere daten na jetzt macht ja hier die die nsu äckert die nsa oder nse oder wie irgend so ein ns ne und da bin ich also da bin ich erschüttert dass sich keinerlei widerstand trägt also ich habe mir diese überwachungspraktika ich lasse mir das nicht gefallen ich habe eine protest mail geschrieben direkt ans weiße haus also habe ich unter eignen also natürlich unter fremden account klar olav mit ph da merkt man ich bin ein fuchs und habe ich also geschrieben ans www www internet also at whitehouse.de also us.de slash zh barack also direkt zu händen obama und dann habe ich geschrieben betreff überwachung smilai und dann habe ich in solchen großen buchstaben drunter geschrieben wer das liest ist doof ja ich weiß ich bin olaf genug also mit einer e mail da können wir nicht viel ausrichten aber wenn einer durch mich ermuntert oder vielleicht zu hause am empfangs bolzen wenn einer durch mich sich erkühnt fühlt jetzt auch eine e mail zu schreiben und den die gleiche zivilcourage hat wie ich wenn man noch eine e mail schreiben dann hätten wir den druck auf die usa verdöppelt denkt mal drüber nach vielen dank Olaf schubert Olaf schubert unterwegs mit seinem programm so und zwar wenn sie ihn live sehen möchten können sie das am 29.05.20 zum beispiel in rheine am 30.05. in wesel am dritten sechsten in kulmbach am vierten sechsten in regensburg alle infos finden sie unter olaf-schubert.de und das hier ist seine aktuelle dvd nein das ist verander brandau wie konnte ich die denn verwechseln die beiden das hier ist seine aktuelle dvd